Yo, yo, was geht ab? Ich bin back im Chat und heute spüren wir eine Runde Human Fall. Vielleicht habe ich mal neulich auf Steam gesehen. Dann beginnen wir erstmal. Was müssen wir machen? Hallo, ich möchte Customize. Ne, Paint. Ich möchte so braun sein. Braun ist, meine Lieblingsfarbe. Du bist jetzt komplett braun, da du mir braun besser gefällst. Wir malen erstmal. In einem Game, wo man eigentlich spielen sollte, mal ich erstmal. Ist auch mal so ein Ding, oder? Mir fällt wirklich gut, okay. Oh, shit, sorry. Dann kommt noch oben, natürlich Bauarbeiter, also kommt oben so ein gelber Helm hin, so ein Bahnhelm. Dann kann ich irgendwie, ähm, mit so einem gelben Helm. Klang wird auch gleich verbessert. Noch wieder schöne braun hier. Da muss man nicht perfekt sein. Was nehmen wir noch so? Die Hände tun wir natürlich schwarz. Wer weiß, ich habe immer Handschuhe an. Was scheiße sieht der Scheiße aus. So, einmal. Und das zweite Mal. Unser Charakter. Head. Oh nein. Rally Hall. Nein. Held Mess. Durchgemacht. Ne. Weißt du was? Das reicht mir jetzt alles. Das reicht mir. All. Weg. Auf mein Konzept. Clear. Ne. Es ist einfach nur Play drückt. Das reicht mir. Play. Loading. So, wo sind wir diesmal? Es ist einfach nur schwer, jetzt so einen scheiß Charakter zu machen, wo wir es nicht mehr hinbekommen haben. Ja, könntest du natürlich noch aufstehen. Uh, was ist das da? Ich habe nur die Controls und ich habe mich gerade um das eingearbeitet. Ich muss es haben. Eh. Ich möchte ein Video grabben. Wir werden ein bisschen sowas haben. Ich bitte dich. Geh erstmal durch die Tür. Komm. Spring. Spring. Das Game liebe ich. So ein Sandbox Game. Ähm. Ich presse jetzt den Button. Also nichts. Nichts falsch decken da gerade. Verstehe ich schon. Nichts falsch decken Kameraden. Ähm. Ja okay. Ich glaube die Einspielung war jetzt doch gut. zu. Deutlich. Äh. Und. Zack. Und. Nein. Und komm. Komm. Zack. Ja. Das bin ich. Hallo Daddy. So. Weiter geht's. Äh. 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 Okay. Und. Rücken. Perfekt. I believe. I can fly. Ach man. Unfair. Wie kommt jetzt ins nächste Level? Achso. Spawner war unter uns. Auch nice. Bam. So. Gefällst du mir. Mal gleich. Ich muss küschen ob ich vielleicht aufnehme. Weil. Ich kenne dir manchmal. Ist Game. Und. Die. Die. Unge. Einfach andere. Da habe ich nebenauf. Ich bin mit schön. Ich mir schonmal passiert dann. Bin die ausgerastet. Da ich glaube ich. Richtig gute Stellen hatte. Weil ich zum anderen Game. Was ich glaube ich nie gesehen habe. Und. Da einfach nur die Launch aufgenommen hat. Und. Nee ich aber glaube ich vor seinem Jahr. Von LOL. Mal so Spaß aufnehmen. Wo ich dir dann noch so eine übel krasse runde. Denn halt eben die hochgeladen. Da halt eben die. Nur die Aute hatte. Komm. Sie. Lass dich schieben. Komm. Ich bin groß und stark. ich kann nicht schieben. So, brav. Weiter. Plopp und zieh! Und zieh! Und zieh! So, ist gut. Oh, was ist da? Oh nein. Da bin ich jetzt hier gelandet. Kommt durch und brav. Dich brauchen wir jetzt kaum mit. Dich brauchen wir jetzt hier. Wollen wir den beiden Händen hier so ganz nach oben. Kommt hoch mit dir. So, Dich brauchen wir jetzt erstmal nicht. Kann es auch gerne gehen. Hab nichts dagegen. So, durch mit uns. Aber das kann ich eigentlich auch hier dran grämmen. Wie soll ich denn so ziehen? Ne. Ein kleines bisschen sauer. Hoppla. Ziehen. Nein, weiter unten ziehen. Am besten in diese Richtung. So, reicht schon. Irgendwann ist auch noch so drauf springen. Ist wieder etwas kompliziert. Scheiße, das ist weit weg. Schaffe ich es überhaupt? braucht mir mal. Das ist ein dickes Problem. Und hoch mit dir. Ja gut, brav. Wissen Sie was? No wrist, no fun. Komm auch noch ganz oben mit dir. Komm. Greif dich. So, hoch. Und nein. Komm schon. Grab dich. Komm schon. Schaffst du. Ach verdammt. Ne. Wie machen wir das jetzt? You can push objects with your feedback on top of the platform is holding a ball. Warte mit der Scheiße, hättet ihr doch recht. Komm. Ne, komm. Komm. Ich muss auch mal ne ballpushen. Keinweise wäre es logisch. Gibt's doch gar nicht. Den Sprung muss ich eigentlich schaffen. Komm. Äh. Rauf mit dir. Rauf. Ich glaub sie. Okay. Die Sprung schaffen. Wir kommen mit. Anlauf. 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 Und. Pow. Oh Gott. Okay. Jetzt begreife ich das. Ja, so eine Logik. Schütze ich mal. So. Und. Komm. Press button. Pow. Press button. Gibt's auch so'n game, oder? Ah. Okay. Glaub ich auch mal machen. Press button. Oder würd so'n button presser. Wie hieß das? Ach egal. Ach egal. Und. Fenster. Oh. Die Folterkammer. Hm. Gefällt mir. Äh. Warte was? Oh. Das ist der Zug. Ich kann hier hoch. Komm. Auch mit dir. Ja. Komm. Scheiße. Wie können wir das jetzt da drü- Oh Gott. Ja. Es ist schon mal so wohl geklappt. Äh. Muss ich mich jetzt wohl da dran hangeln. Glaubst du es funktioniert? Ich bezweifle es aber ich kann es gerne mal probieren. Ich hab schon. Einmal. Und rauf mit dir. Rauf. 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 Gott. Schaffst du. Schaffst du. Komm. Ich glaube an dich. Nein. Lass dich. Noch einmal. Gut. Und es kommt rauf. 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 Gut. So. Ja. Äh. Wieso drücher eben mit rechts? Ich will. Ich bin eigentlich links hin da. Ich will jetzt mit links drüben. Oh Gott. Wieder fallen. Wieder fallen. Loading. 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 Und. Klatsch. Ah. Ah. Ja. Das hat Spaß. Das ist doch. Komm. Steh auf. Ich laufe einfach so. Es reicht mir. Ah. Gefällt mir. Nehmen. Schleudern. Und. Schön. Platzieren. Komm. Na also. Geht doch. Ähm. Ey. Ich will es auch haben. Geht mir das. Und. Rauf mit dir. So. Nächstes Level. Hm. Rauf. So. Gefällt es mir. Ey. Kiste. Wenn du auf das Plasmus den Knopf drücken. Brawl Fist. So. Und. Heute eine Hand ist nicht festge- Drauf mit dir. So. Perfekt. Runter. Ey. Ist das Level. Ähm. Hm. Ich muss erstmal dort runter. Muss das da erstmal. Geh auch jetzt weg. So. Brawl Fist. Brawl Fist. Und. So. Ich nehme mir nämlich beide meine Hände an. Da dran. So. Ich ziehe mich hoch. Und. Rauf damit. Nehme ich wieder mein Brawl Fist. Mach. Bäm. Da geht's hoch. Nehme ich wieder das da. Wenn ich ja so Hulk bin. Hulk mäßig bin. Kann ich hier auch einfach. Da rüber jumpen. Darüber. Uh. Whisky ist fuck. Okay. Ich glaube ich weiß, wir müssen es wieder anwenden müssen. So. Perfekt. Jetzt rauf mit dir. So drauf. Gut. Noch mal kurz in die andere Richtung. Äh. Hoppla. Seitentausch. So. Weiter. Ich will mich ungern runterstupsen. Das ist nämlich nur das Dumme. So. Ich nehme dich wieder. Komm mit. Und. Ich bin Herkules. Und. Wamm. So. Bleibst du da? Gut. Weil ich bin so voll. Jetzt noch mal hinzuschieben. Also. Drücke mir den Knopf. Pau. Und. Pau. Nein. Ich klemme fest. Lass mich den scheiß Knopf drücken. Hoppla. Und. Pau. Ja. So gefällt das mir. Nein. Puh. 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 Weiter geht's. Ah ne. Würde mal sagen. Ach komm. Alle wird schaffen wir noch. Nämlich schon. Zwölf Minuten. Komm. Ich habe euch das Zeit so enttäuscht mit deinen Videos. Da kann ich auch gerne mal. etwas länger machen. Jetzt sieht es schon mal interessant aus. Kannst du bitte aufstehen? Einmal das. Pau. Und. Pau. 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 So fällst du. Pau. 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 Jump. Jump. Oh Gott. Ich springe an dein Leben. Puh. Wohin sollen wir? Einmal zu riskieren. Näh, wir den langen Weg. Lieber kleine Sprünge anstatt große. So. Ähm. Jump. Ja. Hoch. Hoch. Nein, falsche Hand. Scheiße. Komm, das wird jetzt hoch. Und komm, das schaffst du. Ey komm, ich muss das schaffen. Also. Ähm. Und hoch. Stimm dich hoch. Schaffst du. So. Nächstes. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt richtig sind. Plopp. Oh, das war knapp. Komm, rauf. Geh rauf. Hallo kleines Männchen. Geh rauf. Männchen, hallo. Jetzt will ich mal rauf gehen. Ich glaube, das kleines Männchen. Das will ich jetzt einmal. So. Oh ja, aber jetzt will es hier rauf gehen oder was. Ach man. Komm. Rauf. Äh. Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Komm. So mache ich das ab sofort. Spring und zack. Spring und. Ach, scheiße. Komm, nein. Nicht festhalten. Spring und zack. Spring und zack. Spring und zack. Nein, spring und zack. Ich lasse er hoch. Ich muss es schaffen. Und nachher mal. Äh. Komm. Ja, brav. Ähm. Tut mir leid. Die stören leider die. Ähm. Aber ich klebe fest. Tut mir leid. Sie stören leider die. Bahngesellschaft. Das ist leider ihren Transporter. wegtransportieren. Scheiße, Alter. Flach. Äh. Vater. So, komm. Komm. Das schaffst du. Hau rein. Du hast Muckis. Weiß ich. Komm. Komm. Perfekt. Und durch mit uns. Der will hier durchpassen. Oder muss ich andere Seite. Komm. Ja. So geht's. Oh mein Gott. Schön das zu erschaffen. Und da oben ist die Leine. Möchte ich haben. Ich komme nicht da drauf. Oh, ich muss da lang. Ich möchte unbedingt Leine haben. Die Folge hat eigentlich schon wieder über Zeit. Aber ich möchte unbedingt diese Scheißleine haben. Und dieses Scheißlevel schaffen. Äh. Kletter hoch. Ne, du kletterst nicht hoch. Ich hasse dich. Die Kletter ist da hoch. Ey, ich kann warten. Das weißt du. Ich kann warten. Also. Komm. 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 Hallo. Männchen. Männchen. Du weißt, mit mir ist nichts zu scherzen. Du weißt, mit mir ist nichts zu scherzen. In der Schaffsmuckis sitzt. Und komm. Rauf mit dir. Ja, komm. Hallo. Also geht doch. Okay, mal so schwer, oder? Oh Gott. Komm. Also geht doch. Gut, komm. Das musst du auch schaffen. Komm doch. Männchen. Komm jetzt hoch mit dir. Nee, komm. Komm doch, Männchen. Äh. Puh. Letzter. Vorletzer Jump. Komm, das musst du schaffen. Deine Ärmchen reißen nicht ab. Jetzt komm. Sei keine Pussy und komm. So. Glaub doch. Und. Ja, komm. Das ist einfach. Hab dich nicht so. Komm. Ich kann warten. Tschüss, du Scheiß, Männchen. Komm jetzt. Komm. Und hoch mit dir. Nicht wackeln hoch. Hoch. Männchen. Wer weiß, dass ich warte. Ich möchte. Ja, mein Gott. Nein. Ja. So, tut es vielleicht jetzt besser. Ja, und so schaffst du oder was? Komm. Komm, Männchen. Komm, weiter. Weiter, Männchen. Komm jetzt, Männchen. Hau rein. Hatte ich nun endlich Zeit. Oh, mein Gott. Jetzt komm doch. Ich fall nicht hier runter. Das weißt du ganz genau. Ich weigere mich hier runter zu fallen. Komm. Oh, Männchen. Du brichst dich gleich richtig auf die Palme. Weißt du das? Komm. Es kommt über Kreuz. Jetzt kommt. Doch, kleb dich daran fest. Komm. Halt dich daran fest. So, jetzt kommt. Komm, man sollte weiter. Ey, das ist nicht mehr scheißernst jetzt, oder? Hört voran. Hallo. Männchen. Dann würde ich mal sagen, hofft ihr es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Lolli.